Dieses Wort steht für ein intensives sexuelles Erlebnis, das in der Regel mit einer schnellen Abfolge von Muskelkontraktionen und einem starken Gefühl der Lust und des Vergnügens einhergeht. Bei Menschen wird der Orgasmus oft als Höhepunkt des sexuellen Vergnügens beschrieben, bei dem sich die sexuelle Spannung entlädt. Bei Tieren, insbesondere Säugetieren, zu denen ja auch der Mensch gehört, ist der Orgasmus ein ähnliches physisches Erlebnis wie bei Menschen. Bei männlichen Tieren kann der Orgasmus mit einer Ejakulation einhergehen, bei weiblichen Tieren kann es zur Kontraktion der Gebärmutter kommen. Pflanzen haben vermutlich keinen Orgasmus, da sie keine Nerven oder Muskeln haben und daher keine sexuelle Erregung oder Empfindungen erfahren können. Pflanzen haben jedoch ihre eigenen Formen der Fortpflanzung, die auf die Verbreitung ihrer Gene ausgerichtet sind. Vermutlich haben sie also keinen Orgasmus. Der Orgasmus. Orgasmus.